Leute, zum Wochenauftakt rutscht Bitcoin erneut unter die 16.000 US-Dollar-Marke. Zwar sehen wir jetzt einen leichten Bounce Richtung 16.500 US-Dollar, doch was können wir diese Woche wirklich von Bitcoin und Ethereum erwarten? Nach all den Ereignissen, die letzte Woche auf uns eingeprasselt sind und diese, die vielleicht noch kommen, mögen. Ich sage nur Kaskadeneffekt, Strichstrich, Ansteckungsgefahr. Sehen wir den nächsten Abverkauf hier auf den Kryptomärkten. Darüber werden wir detailliert hier im Krypto-Wochen-Ausblick sprechen. Ich werde dir meine kurzfristigen Level durchgeben, aber natürlich auch den übergeordneten Fahrplan zu Bitcoin und Ethereum und natürlich die Level, die ich jetzt auf dem Schirm habe, für eine nächste langfristige Positionierung in den jeweiligen Kryptowährungen. Wir müssen ebenfalls über die aktuelle Marktlage sprechen, Marktpsychologie. Wo stehen wir hier aktuell? In der Kapitulationsphase, in der Engerphase oder vielleicht doch schon in der Depressionphase? Und last but not least meldet sich auch mal wieder SPF zu Wort mit einer sehr, sehr kryptischen Nachricht. What? Age? Was hat das zu sagen? Wenn du das nicht verpassen willst, dann empfehle ich dir, bis zum Ende dran zu bleiben. Und wenn du es in Zukunft nicht mehr verpassen willst, jeden Tag bestens mit uns vorbereitet in den Trading-Tag starten möchtest, empfehle ich dir zu 100%. Lass das kostenlose Abo da, aktive die Glocke, stell sie auf alle, denn dann wirst du auch benachrichtigt, wenn ein Video online geht. Und last but not least, Freunde, Like-Button smashen, denn dann können wir rein starten mit dem Content. Wir schauen uns einmal kurz die letzten 24 Stunden hier auf den Kryptomärkten an. Es geht 1% nach unten in der Marktkapitalisierung. Wir stehen bei 830 Milliarden US-Dollar. Bitcoin und Ethereum bewegen sich nicht von der Stelle in den letzten 24 Stunden, aber in der letzten Stunde gab es einen leichten Pump, über den wir auch gleich noch sprechen werden. Die Altcoins zeigen sich ebenfalls behalten, doch diese beleuchten wir heute Abend in der Primetime, hier auf der Kryptowallstreet um 20.30 Uhr wieder einmal live. Sämtliche Kryptowährungen, die du du wünschst, analysiere ich für dich. Steuer sie mir gerne schon einmal in die Kommentare ein und dann sei heute Abend um 20.30 Uhr live mit am Start. Wir müssen jetzt aber definitiv erstmal über Bitcoin und Ethereum sprechen. Let's go! Starten wir rein mit dem übergeordneten Chartbild hier in Bitcoin und brechen dieses dann immer tiefer runter in die untergeordneten Timeframes. Wir starten in der Wochenchart, denn auch diese Woche, heute Nacht, stand mal wieder der Wochenkerzenschluss auf der Agenda. Und was sehen wir hier, Freunde? Den schlechtesten Wochenkerzenschluss seit über vier Monaten. Aufgrund des Black Swan Events rund um FTX und dieser potenziellen Ansteckungsgefahr für das gesamte Krypto-Ökosystem ging Bitcoin von knapp 21.000 Euro runter bis knapp 15.500 US-Dollar, also ein Kursverlust von knapp 25% binnen einer Woche. Was haben wir damit gemacht? Wir haben meine nächste langfristige Bitcoin-Kauftrange hier getriggert bei 17.240 US-Dollar. Ich betreibe aktuell ganz klar DCA, Dollar Cost Averaging, also versuche ich durch immer tiefere Einstiegspreise meinen Durchschnittspreis, Einkaufspreis hier in Bitcoin zu drücken. Meine nächste Tranche, die liegt aktuell an der Marke 14.800 US-Dollar. Und was ist das? Es ist nichts anderes als das 78,6er seit Stunde Null von Bitcoin bis zum All-Time-High. Um es euch einfach mal zu zeigen, was es genau zu bedeuten hat. In diesem Fall sind vom All-Time-High gesehen 78,6% an diesem Level korrigiert worden. Ein sehr, sehr markantes Level aus dem Fibonacci-Retracement-Level plus ein sehr, sehr markantes Level für jeden Bärenmarkt in Bitcoin, denn es wurde bisher immer angelaufen. Und diese Marke liegt bei 14.800 US-Dollar. Schauen wir uns das jetzt einmal kurz aus SMA-Sicht an, dann haben wir im letzten Kryptowochenausblick noch über diesen halbschwangeren Wochenkerzenschluss von letzter Woche gesprochen. Wir haben gesagt, hey, das ist definitiv kein erfolgreiches Zurückerobern des 20er-SMAs. Be careful. Natürlich konnte keiner ahnen, dass es dann zu diesem Black Swan-Event kommt. Nichtsdestotrotz wurde Bitcoin massiv abgestraft. Und aktuell stehen wir unter sämtlichen SMAs in der Weekly-Chart, unter sämtlichen EMAs. Von daher haben wir jede Menge Widerstände über uns. Und nicht nur das, Freunde, ich möchte einmal kurz auf folgenden Chart nochmal zu sprechen kommen, nämlich unserem BLX-Chart, wo ich sämtliche Bullen- und Bärenmärkte miteinander vergleiche, wo wir letzten Endes das Worst-Case-Szenario für diesen Bärenmarkt bestimmt haben. 83% Drawdown vom All-Time-High liegt dann letzten Endes bei 11.800 US-Dollar. Ebenfalls eine sehr, sehr markante Marke, die ich hier auf dem Schirm habe. Und dort definitiv ebenfalls eine langfristige Positionierung anstrebe, sollten wir zu diesen Leveln kommen. Nichtsdestotrotz möchte ich einmal über folgendes Level sprechen, Freunde. Wir haben nämlich natürlich auch noch den Martin-Chart. Und wenn wir uns den Monats-Chart einfach mal anschauen und die SMAs anwerfen, dann sehen wir, dass hier in Kürze auch noch der 100er SMA im Monats-Chart reinkommt. Und dieses Level liegt aktuell bei knapp 12.800 US-Dollar. Ebenfalls ein sehr, sehr, sage ich mal, wie ein Magnet zu verstehen, diese Marke. Von daher haben wir aus meiner Sicht definitiv noch weiteres Potenzial hier übergeordnet in Bitcoin zu droppen. Und vor allen Dingen auch mit der aktuellen Lage hier im Kryptobereich und dieser potenziellen Ansteckungsgefahr auf weitere Unternehmen, dass letzten Endes weitere Unternehmen liquide gehen aufgrund der Insolvenz von FTX und diesem Riesen-Billionen-Loch an Geld, was aktuell vorhanden ist. Schauen wir uns das jetzt noch einmal untergeordnet an, Freunde. Gehen wir in den Tagesschart, dann sehen wir ganz klar, wie wir hier ganz stark abverkauft worden sind. Und jetzt auch unterhalb unserer interessanten Zone, nächsten Akkumulationszone, wo ich die nächste Tranche gekauft habe, aktuell, sage ich mal, uns die Zähne ausbeißen. Dient jetzt aktuell erst einmal als Widerstand. Wir sind reingestochen nochmal von unten. Also, wenn das Ding von oben hin nach durchbrochen wird, sollte es dann im nächsten Moment erst einmal als Widerstand gelten. Und genau das ist jetzt passiert. Wir sind hier erst einmal rejected worden. Heute Nacht bzw. heute Morgen wurden wir auch noch einmal abverkauft hier in Bitcoin. Springen wir dafür einmal in die 4-Stunden-Chart, so sehen wir, dass Bitcoin tatsächlich noch einmal runtergewickt ist an die 15.800 US-Dollar-Marke. Also, dieses letzte Logo retestet hat. Aber anscheinend lagen so viele Orders der Großen unterhalb dieser 16.000 US-Dollar-Marke, dass jetzt letzten Endes dieser Bounce hier erstmal in Gange ist. Wo sind wir stehen geblieben von diesem Bounce? 16.800 US-Dollar. Und diese Marke sollte jeder kurzfristig für den heutigen Tag auf dem Schirm haben. Denn was liegt hier, Freunde? Ihr seht es, der 20er SMA, der aktuell massivst als Widerstand fungiert. Nicht nur einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Wir hangelten uns da lange immer drunter entlang und wurden jetzt noch einmal abverkauft und sehen jetzt erneut diesen Retest des 20er SMAs. Von daher jeder, die 16.800 US-Dollar-Marke auf dem Schirm haben. Kurzfristig haben wir natürlich nach so einem Abverkauf immer wieder Erholungspotenzial. Und auch jetzt noch einmal, sollten wir dieses Level nach oben hinnehmen, kommt dann als nächstes der 50er SMA hier in der 4-Stunden-Chart rein. Der aktuell liegt bei knapp 18.240 US-Dollar. Und aktuell gilt natürlich auch weiterhin, Freunde, dass der Markt erst einmal potenziell aus Bären-Sicht die Erlaubnis hat, noch einmal hier hoch bis in diese Range reinzukommen. Das nächste Bären-Level, welches liegt bei 18.538 US-Dollar hoch bis 19.500 US-Dollar. Wo ich dann aller, aller spätestens auch nochmal mit einer weiteren Rejection rechne. Bevor wir jetzt gleich weitermachen mit der Ethereum-Analyse, müssen wir einmal kurz über Marktpsychologie und folgende Grafik gepostet von Lark Davis sprechen. Nämlich die Psychologie in einem jeweiligen Marktzyklus. Ihr wisst es, beziehungsweise solltet es wissen, die Märkte sind bestimmt von zwei Hauptemotionen. Einmal Angst, Fear und einmal Gier, Greed. Diese pendeln immer hin und her, je nachdem, in welcher Marktlage wir uns gerade befinden. Sind wir an All-Time-Highs, so sind alle euphorisch. To the Moon, neue All-Time-Highs, Bitcoin auf 100k. Sehen wir diese Korrektur, so schwindet, sage ich mal, diese Euphorie, diese Gier, diese Freude, sage ich mal, in Richtung wirklich Angst. Anxiety, Denial, Panic. Und aktuell ist jetzt die Frage, wo stehen wir hier in diesem Marktzyklus? Das möchte ich einmal kurz mit euch beleuchten. Sind wir aktuell noch in einer Panikphase, die Nile-Phase, wo letzten Endes Leute sagen, hey, ich habe investiert in starke Companies, die werden zurückkommen. Oder shit, everyone is selling, alle verkaufen ab, ich muss hier rauskommen. Oder sehen wir tatsächlich die Kapitulationsphase, I'm getting 100% out of the markets, wo, sage ich mal, alle kapitulieren. Das, letzten Endes, immer dieser Hinweis für eine potenzielle Marktumkehr. Und wenn wir uns das einfach mal, sage ich mal, hier bildlich anschauen, natürlich ist das, sage ich mal, nicht 1 zu 1 zu übertragen auf jeden einzelnen Chart. Das hier ist letzten Endes, wie soll ich sagen, ein plakatives Beispiel, dass es so abläuft, wie es abläuft. Aber wenn wir uns einfach mal den Bitcoin-Chart dazu anschauen und gar keine Zeichnung drin haben, dann sehen wir hier letzten Endes erst einmal einen massiven Abverkauf, der dann korrigiert worden ist. Vergleichen wir das einmal kurz mit dieser Grafik, Abverkauf, der korrigiert worden ist. Dann folgte der nächste massive Abverkauf. Der nächste massive Abverkauf in Bitcoin erfolgte hier. Ist das jetzt letzten Endes schon die Strecke komplett runter bis zur Panik-Capitulation? I don't know. Würde mich auch, sage ich mal, interessieren, was ihr davon haltet. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, in welcher Phase wir uns hier gerade befinden, beziehungsweise was ihr seht. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir in Richtung Kapitulation-Enger gehen, denn wenn wir uns jetzt einmal diese letzte Low-Ebene hier anschauen, dann sehen wir folgendes. Wir machen mal kurz wieder die Zeichnungen weg. Dass wir hier wirklich einmal noch einen kurzen Bounce gesehen, eine Konsolidierungsphase und jetzt ein weiteres Tief. Und wenn wir uns das jetzt einmal hier mit diesem Chart noch einmal vergleichen, dann haben wir diesen Bounce, eine leichte Konsolidierungsphase und noch einmal ein leichtes Tief. Von daher, aus meiner Sicht, könnten wir tatsächlich hier in der Enger-Phase stecken. Das würde bedeuten, dass wir noch einmal einen weiteren Bounce reinbekommen und dann noch einmal massivst abverkauft werden, bis in die Depression-Phase, wo alle sagen, hey, ich habe alles verloren, drauf geschissen, jetzt ist sowieso alles vorbei. Und dann fängt nämlich der Markt an zu drehen. Deswegen, Leute, ich kann es immer nur wieder da sagen, wenn du fest daran glaubst, an Bitcoin, Ethereum und Co. und die, sage ich mal, Zukunft von Kryptowährungen, dann ist es jetzt an der Zeit, am Ball zu bleiben. Ich habe schon einmal diese gesamte Marktphase mitgemacht. Ich weiß, es ist nicht schön. Definitiv nicht. Und jeder Einzelne, der neu in einem Bärenmarkt angekommen ist, der wird jetzt diese Achterbahnfahrt der Gefühle fahren. Nichtsdestotrotz, genauso ist es, wie CZ, der Binance CEO hier sagt, it may take some effort, but what else have we got to do? Let's rebuild. Wir sitzen alle im gleichen Boot, Freunde. Und von daher, lasst uns hier weiter durchziehen und weiter Gas geben. Machen wir weiter mit Ethereum und starten natürlich auch hier in der Wochenchart, was es letzte Woche passiert mit dem Abverkauf auf den gesamten Kryptomärkten haben wir hier meine nächste langfristige Kauforder in Ethereum getriggert bei 1114 US-Dollar. Ebenfalls haben wir natürlich auch hier einen bärischen Wochenkerzenschluss gesehen, der aktuell aber nicht so harsch zu bewerten ist, wie der in Bitcoin, denn solche haben wir in der Vergangenheit schon öfter gesehen. Und ich sage es auch immer wieder, Ethereum sieht aus meiner Sicht bullischer aus vom Chartbild her als Bitcoin. Schmeißen wir einmal kurz auch hier die SMAs an, so sehen wir, dass wir letzten Endes mit der Wochenkerze sämtliche SMAs jetzt wieder unterschritten haben. Den 200er Weekly Moving Average und auch den kurzfristigen 20er SMA nicht positiv zu bewerten, die jetzt erst einmal wieder als Widerstand dienen sollte. Von daher, die Marke auf dem Schirm haben 1333 US-Dollar für Ethereum, wo es definitiv erst einmal zu einer Rejection kommen kann. Springen wir weiter runter in die untergeordneten Timeframes, in die Daily. So sehen wir natürlich auch hier, dass wir unter sämtlichen SMAs stehen. Nichtsdestotrotz, was Bitcoin gemacht hat, hat sein untergeordnetes Bullen-Level nicht mehr respektiert, hat noch einmal die letzten Lows angetestet. Ich sage es, Ethereum sieht weitaus bullischer und das natürlich auch weiterhin. Das heißt, wir sind jetzt hier aus dem untergeordneten Bullen-Level erst einmal reagiert. 61,8er Reaktion. Ich sage es immer wieder, kein Trading-Level, nur ein Beobachtungs-Level. Denn hier können die Bullen, sage ich mal, neue Kraft schöpfen, um dann den nächsten Up-Move zu starten. Und sollte das der Fall sein, dann müssen wir natürlich auch überlegen, wie stark die Relevanz des nächsten Bären-Levels noch ist. Und dieses liegt aktuell bei 1.377 US-Dollar hoch bis 1.478 US-Dollar. Hier rechne ich natürlich auch erst einmal wieder mit bärischer Verkaufskraft. Noch einmal eine erneute Rejection. Doch dieses Level könnte, abhängig davon, was wir hier jetzt strukturell noch aufbauen, an Stabilität aus bullischer Sicht, natürlich dann früher oder später auch gebrochen werden. Was sind die nächsten markanten Level hier für Ethereum, beziehungsweise was meine nächste langfristige Akkumulationszone? Wir schauen uns das einmal an. So sehen wir noch einmal das letzte Low bei knapp 900 US-Dollar. Ist natürlich eine sehr, sehr interessante Marke, sich hier langfristig zu positionieren. Ganz wichtig, Leute, keine Anlageempfehlung. Meine persönliche Trade-Idee, Trade-Erfahrung und das, was das SK-System mir hergibt. Und dann ziemlich ähnlich zu bewerten wie in Bitcoin. Dann das nächste Level aus dem Fibonacci-Level. Das 88.2er seit Stunden 0 bis zum All-Time-High von Ethereum sind hier 88,2% korrigiert. Und das startet bei mir bei knapp 640 US-Dollar. Hier liegt meine nächste langfristige Branche in Ethereum. Schauen wir uns das jetzt einmal nochmal ganz untergeordneter an. Dann sehen wir jetzt diese Reaktion der 61,8er. Erst einmal ein Push, ein Bounce. Hat das irgendwas zu bedeuten? Nein, Leute, überhaupt nichts. Weder für Bitcoin noch für Ethereum ist das aktuell von, sage ich mal, Nachhaltigkeit, Aussagekraft. Natürlich kann sich das jederzeit ändern, aber aktuell macht euch nicht zu viel Hoffnung. Ich rechne weiterhin damit, dass wir massiven Selling-Pressure in den kommenden Tagen und Wochen aufgrund dieser Ansteckungsgefahr, des Kaskadeneffektes rund um FTX und die Ausbreitung auf weitere Unternehmen rechnen werden. Und zum Abschluss noch einmal zur kryptischen Nachricht von SBF, Sam Bankman-Fried, der heute Nacht um 4 Uhr getwittert hat. Erstens, what? Zweitens, H. Was hat das zu bedeuten? Ich habe aktuell keine Ahnung und Krypto-Twitter ist auch aktuell am Munkeln. Es gibt noch keine Bestätigung. Hast du vielleicht eine, sage ich mal, Theorie parat? Steuere sie mir gerne in die Kommentare ein. Es wird natürlich wild gemunkelt. SBF aktuell auf den Bahamas. Weiterhin hat jemand, sage ich mal, Zugriff auf sein Handy, auf sein Twitter-Account, whatever. Was ist hier passiert? Wir haben keine Ahnung, Freunde. Nichtsdestotrotz, lasst mich gerne wissen, falls ihr irgendeine Theorie habt. Ansonsten sollte jetzt der Fahrplan zu Bitcoin und Ethereum wieder glasklar sein. Alle Level sind bekannt. Noch einmal der Hinweis, heute Abend um 20.30 Uhr heißt es wieder Primetime auf der Krypto Wall Street. Ich bin live hier auf YouTube und analysiere sämtliche Märkte deiner Wahl. Von daher unbedingt am Start sein, falls dir das heutige Video gefallen hat. Unbedingt like, button smashen. Und falls du neu hier bist auf der Krypto Wall Street, lass gerne das kostenlose Abo da. Werde Teil der geilen Community. Und jetzt wünsche ich euch einen erfolgreichen Wochenstart, Freunde. Wir hören uns, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.